ARD Text im Auftrag von Funk 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 Pferd er war ich sagte doch weg vom Fenster bleiben der kommt von draus der Westfrau Sniper kann man nix machen macht lieber Fotos von außen verbinde sei getroffen ich leise Hilfe die haben Kameras kaputt gemacht wo die sind Polizisten leer nur vier stücken leben ja ja ich weiß wenn die irgendwas nicht unternehmen dann verlieren die ja die müssen kommen ich habe es einen weggeholt ich habe nur Schuss von den Scharfschützen habe ich überhaupt weggeholt Alter ja was ja bis hier da kam dieser verfickte Scharfschütze wieder aber wo ist der da wo ich das Warnfenster den Gegner von der Sicherung des Biogefahrgutbehälters abhalten aber draußen ist der ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt die Gegner sichern den Behälter fünf Sekunden übrig Alter kommt mir gerade mit den Tasten durcheinander Gegner haben den Behälter gesichert Mann ich hab die Tasten nicht gefunden wie könntest du nur ja 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 ich will nur mit Glaskin ich hab keinen Bock mehr ja wie tausendmal er soll vom Fenster weggehen er chillt am Fenster echt man Sebi passiert ja nächstes Mal komm ich einfach hoch und hau dir in die Fresse das ist besser ja wo sind die ah die sind nicht in einen guten Raum drin ne diese Augen höll was ist denn hier oben ganz oben oder wie ja ich glaube da wo wir waren Einsatz in fünf Sekunden Standort des Biogefahrgut behält stimmt oder nicht Weiß es nicht der erste ist schon von uns tot nice war der nice rausgegangen Mike zieh mal da hin auf das Fenster manchmal hocken die da auch ne wo da steck wo 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 da ne komm her geh weg geh weg geh weg nein 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 mach weg mach weg mach die DING weg lass mich jetzt machen Achso, du hast Fuse. Dolvin hab ich ihn jetzt erwischt. Nein! So, ich geh hier oben aufs Dach. Wir sind die einzigsten gerade bei... Okay, ich mach das Ding auf in 3, 2, 1... Geh weg, geh weg, der soll an das Fenster kommen. Der soll an das Fenster kommen. Alter, Alter! Kann ich nicht von oben irgendwie wieder Dinger reinmachen? Hä, von wo? Von dahinten raus wahrscheinlich. Ich versuch so zu kriechen, dass du mich noch holen kannst. Kann da nicht nix passieren. Kann da nicht nix passieren. Verfest. Fuck ey. Ich geh doch nicht da hoch jetzt! Der weggeholt worden bin. Und wo schießt denn der? Da durchs Fenster, da! Markier! Hab ich gerade! Ja, da war er! Ach doch! Einer vom eigenen Druckverbleib. Doch, mann, das ist doch nicht! , ich hab ihn erwischt. Doch, er hat den einfach nicht! Ich hab ihn erwischt, aber nicht gut genug. Er hat nicht mehr viele Leben! Ach, Mensch... Schon wieder ne verlorene Runde, ey. Ein eigener Druck! Ja. Das war's für diese Runde. Tschü! Wivia‬